Ja, herzlich willkommen zur Nachbesprechung jetzt von den Top Euro Games, die ich gemacht habe, diese schöne Liste mit 27 Spielen. Ja, jetzt habe ich meine Stimme wieder ein bisschen erholt, das war echt viel beim Reden und ich habe mir gedacht, oder habe es euch versprochen, ich zeige euch mal hier meinen Schmierzettel und damit ihr sehen könnt, wie hart das eigentlich ist, so eine Liste aus so vielen Spielen zu erstellen. Ja, also dann stehen wir mal auf und ich zeige euch das mal. Ja, also nicht über die Schrift wundern, da habe ich ziemlich schnell alles gemacht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, und ihr seht hier Platz Nummer 1, 2, 3 und 4, ja, die waren völlig klar. Hier hat er nicht viel herumradiert mit dem Radiergummi, ja, also alles schön sauber. Das heißt, für mich sind diese Plätze ja so echt so schnell festgestanden. Aber da unten wird es dann schon ein bisschen schlimmer, ja. Ja, da hat man dann schon echt viele Änderungen gemacht. Das seht ihr hier, das Ganze total hässlich. Drei, viermal radiert. Entweder hat man mal ein Spiel vergessen, trägt das noch ein, wird wahnsinnig, weil man sich denkt, ja, das müsste eigentlich viel höher sein. Dann geht man die Liste wieder durch, will wieder eine Änderung machen, weil man sich denkt, na, das ist so und so. So, also ihr seht schon hier, gab es richtig viel und bei der anderen Seite dann auch, ja, also richtig viel Schmiererei gab es da. Und alleine da schon kann man erkennen, wie schwierig es ist, eigentlich so eine Liste zu erstellen, ja. Aber Platz 1, 2, 3 und 4 hier, der Beweis, habe mich voll überzeugt. Und da gab es eigentlich wirklich keine Änderungen. Das waren auch die ersten Plätze, die ich sofort geschrieben habe. Ja, so ist es wirklich heftig, das Ganze. Und, ah, ihr habt sicher jetzt auch noch die zweite Seite gesehen, das war die letzte Partie, Prehistory, ja, gegen meine Frau. Verloren 58 zu 56, richtig knapp. Ja, sehr toll. Hoffe ich, das war ein guter Einblick. Ihr müsst es mal selber versuchen, wie schwierig das ist, so etwas ja auch zu machen. Man will ja auch kein Spiel irgendwie bevorzugen. Es ist wirklich schwierig, ein Spiel dem anderen den Vorzug zu geben, weil sie alle gut sind. So, und wie versprochen jetzt die Spiele, die ich bei mir zu Hause noch sozusagen auf dem kleinen Peil of Shame habe, die ich, sorry, jetzt noch spielen möchte. Und zwar fange ich mir ein mit einem Spiel aus der Messe New Order Corpse Deluxe. Ja, da steht ein Spiel über Marketing und Manipulation. Angesichts stetig schwindender Macht korrupter Regierungen übernehmen Megacorps mehr und mehr die Führung der Welt, aber auch ihre Macht hat Grenzen. In dieser schönen Welt völlig vernetzter Weltbürger halten Medienkonzerne alle Fäden in der Hand. Ja, so sieht das Spiel dann aus. Ja, habe ich mir vor längerer Zeit mal kurz die Anleitung durchgelesen, kann mich nicht mehr so erinnern. Aber, ja, bin ich gespannt, wie das funktioniert, wie man sich da gegenseitig in die Quere kommt. Eins bis vier Spieler, sehr interessant. Muss mal schauen, wie das funktioniert. Also ich versuche jetzt nicht zu viel über die Spiele zu reden, ich habe sie auch noch nicht gespielt. Ja, dann Yamatai, habt ihr sicher schon gesehen, von meinem Regal habe ich beim letzten Games for Life Spiele Event gewonnen. Kam ich auch noch nicht dazu, es zu spielen. Sieht erstmal sehr schön aus, sehr farbenfroh, das Spiel. Bin ich gespannt, wie sich das dann spielen wird. Ah, Yamatai. Dann als nächstes ein Spiel, das ich mir sozusagen auf dem Flohmarkt gekauft habe. Trois, ja, zu einem richtig guten Preis. Wird, glaube ich, auch eine Neuauflage kommen von diesem Spiel. Soll ja angeblich auch richtig der Hammer sein, dieser Dice Placer wieder sozusagen. Ja, sieht auch sehr vielversprechend aus, das Spiel. Dann gehen wir wieder zu einem neuen Spiel. Und Sarcron of Yamara wird jetzt wahrscheinlich heute auf den Tisch kommen. Mal antesten, wie das Spiel so funktioniert. Und ob es mich anfixt oder auch gleich wieder verschwindet. Aber ich bin guter Dinge. Das Spiel hat erstmal gute Meinungen bekommen und freue mich darauf. Dann noch ein neues Spiel. Und zwar Solenia geht schon eher Richtung Familienspielbereich. Bekam aber auch schon sehr gute Wertungen, auch von der Messe mitgebracht. Ihr versucht hier von zwei verschiedenen Pränetenseiten die Ressourcen zu beliefern. Und je nachdem, wo das Schiff ist, könnt ihr euch hier auf dem Feld eben diverse Felder ausbreiten und die Bohne abgreifen. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt, wie das Spiel ist. Hoffentlich ganz gut. Und dann, hier von der letzten, also von der vorletzten Messe habe ich mir mitbringen lassen, auch ein schweres Paket eigentlich. Manhattan Project, ihr versucht eine Atombombe zu bauen. Ja, das Sequel zu meiner Nummer 1 sozusagen. Und ich habe es immer noch eingesleeft hier liegen. Ja, das gab es damals um 13 Euro, glaube ich, im Verkauf. Das ist so günstig. Und dieses Spiel hat auch schon sehr viel abgeräumt. Ja, sehr viele gute Meinungen. Ich freue mich darauf, das endlich irgendwann einmal anzuspielen, ob das auch so gut ist wie der Nachfolger Energy Empire. Natürlich ein anderes Thema wieder. Ja, ihr versucht hier bewusst eine Atombombe zu bauen. Ja, bei Energy Empire, das ist ein Energiekonzern. Bin gespannt, wie das ist. Dann ein Spiel, das ich auch total günstig gekauft habe, war einmal voll in Aktion. Ja, Elysium. Habe ich auch schon länger zu Hause stehen. Wenn es sich mal ergibt, dann werde ich auch mal Elysium antesten. Kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Es sieht wirklich sehr toll aus. Bin ich auch gespannt. Aber war ein mega günstiger Preis. So, jetzt kommen ein paar heftigere Sachen. Beginnen wir mal mit Goldene Zeitalter. Glaube ich, ist es noch nicht so komplex. Ah, habe ich schon ein paar Mal in die Finger gehabt. Auch die Anleitung schon gelesen. Wurde aber dann doch ein anderes Spiel, wieder am Spieleabend. Aber ich glaube, es dürfte ein richtig tolles Spiel sein. Golden Ages. Dann Nussfjord von Uwe Rosenberg. Ein richtig schweres Paket. Sehr viel enthalten in dieser Schachtel. Schwierig, das alles reinzusortieren, wenn man noch Sortierboxen dazu hat. Aber ja, ein Spiel, in dem ihr Anteile kaufen könnt, verkaufen, fischen und so weiter. Ja, da gibt es auch schon sehr tolle Rezensionen. Aber ich bin schon richtig gespannt, wie sich das Spiel spielt. Ja, auch meine Frau fällt sich auch schon darauf. So, dann haben wir ja schon etwas mehr Zündstoff noch. Ora et Labora. Dürfte von euch, vielen von euch auch schon ein Begriff sein, das Spiel. Auch von Uwe Rosenberg. Auch ein sehr komplexes Spiel wieder. Und ja, zeige ich mal die Rückseite hier. Ora et Labora. Eine Neuauflage steht da. Neuauflage mit stabilen Spielplänen aus dicker Pappe. Ja, ihr seht, sehr viele Auszeichnungen gewonnen in dieses Spiel. Da freue ich mich auch drauf. So, und ganz besonders freue ich mich, ich freue mich auf jedes Spiel, ja. Ich weiß, aber sehr cool von der Messe auch hier. Kepler 3042. Das sieht sehr geil aus. Sehr komplex, aber sieht auch sehr, sehr geil aus. Da freue ich mich richtig drauf. Kepler 3042. Von Simone Cerruti-Sola. Ja, und das waren eigentlich die Spiele, die ich jetzt noch spielen werde, die vielleicht noch in die Topliste reinrutschen werden. Mal sehen, wie gut sie sich schlagen und ob sie das Potenzial haben, einen dieser Spieler aus der Top 27 zu verdrängen. Ja, das war es für dieses Jahr. Wenn wir uns nicht mehr sehen, dann wünsche ich euch ein frohes Neues. Vielleicht schaffe ich es noch, ein Playtime-Video zu machen. Ja, ich gebe mir Mühe, noch eines rauszubringen. Aber, ja, zeitlich ist auch nicht so einfach. Mal sehen. Ich habe auch ziemlich viele Miniaturen bemalt, kann ich dazu sagen. Ja, da ging ziemlich viel Zeit drauf. Jetzt habe ich noch lange Urlaub. Kann ich auch noch viel machen dazu. Und freue ich euch darauf. Gibt es wieder einiges zu sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Und ihr hattet viel Spaß mit meiner Top-Liste. Und es war spannend für den einen oder anderen für euch. Hoffentlich auch ein schönes Spiel dabei gewesen, das ihr noch nicht kam. Und dann habe ich noch für euch Dominant Spaces. Ja, das Video musste ich jetzt noch reinkarten. Ich hätte es fast vergessen. Ganz brandneu. Gestern erst bekommen. So eine Art Reprint, glaube ich. Ja, steht hier 2018. Das Material sieht sehr, sehr schön aus in diesem Spiel. Und ihr bekommt da gleich noch, ihr habt schon ein Unboxing-Video dazu bekommen. Das werde ich jetzt gleich im Anschluss noch machen. Und als erster hochladen. Dann sehen wir uns mal die Materialien an, was da drin sind. Und Dominant Spaces soll sehr, sehr geil sein. Ich kenne auch schon jemanden, der es schon ein paar Mal hat, gespielt hat. Und der es auch besitzt. Und ja, bin richtig gespannt auf dieses Spiel. Sieht sehr geil aus. Gibt es bei P3 Comics auch zu kaufen. Könnt ihr bestellen. Bekommt auch wieder eines rein. Wenn ihr interessiert seid, Dominant Spaces, so eine Art Reprint, könnt ihr vorbestellen bei P3 Comics. Und ja, das war's. Euer Streamboard. Gehen wir bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Vielleicht auch schon nächstes Jahr oder erst nächstes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.